Was ist der letzte Vortragende? Mich kennen Sie ja schon. Ich bin jetzt der letzte Vortragende. Wir hätten ja gerne ein längeres Programm gehabt, aber Joachim Sprung aus Schweden konnte leider nicht kommen. Wir, also Axel und ich, wollten natürlich in dieser Konferenz auch über den Atlas und die Probleme, die dieser Atlas gestellt hat, sprechen. Häufig sind wir, als wir, häufig wenn wir den Atlas vorgestellt haben, also das haben wir schon seit 2012 gemacht und dann in St. Gallen im ZKM 2016, da sind wir dann durch diese Ausstellung sind wir immer öfter in Auseinandersetzung mit Besuchern gekommen und eigentlich zu 100% war die erste Reaktion auf den Atlas, ob nun positiv oder negativ gemeint, war die Reaktion, ja, das kann man alles verändern. Also das ist ja wohl ein bewegliches System. Man könnte schön diese Sachen dahin bringen und diese Sachen dorthin bringen. Tatsächlich sind wir, als wir 2012 damit angefangen haben, auch so an den Atlas herangegangen, weswegen wir nicht die fixierte Version von Daedalus, die in der Albertina gelagert ist, genommen haben, sondern selbst Ausdrucke gemacht haben, weil wir dachten, wir brauchen das bewegliche Element. Und diese Reaktion, also tatsächlich zu 100% nach den ersten zwei, drei Sätzen im Austausch über, das ist jetzt eine Tafel vom Atlas und so weiter, ist diese Reaktion, das kann man verändern, das kann man so und so sehen, das war ja immer auch veränderlich gedacht. Wir haben aber festgestellt, dass die Tafeln über die drei, groben gesagt drei Versionen, die wir fotografisch dokumentiert kennen, dass der Atlas präziser wird und dass die Konstellationen intensiver durchgedacht sind. Um diese Qualität des Atlas sichtbar zu machen, haben wir uns jetzt eine Tafel ausgesucht, die wir topologisch vorstellen. Ich möchte wieder beginnen mit dem Zitat, mit dem ich schon endete in meiner Eröffnungsrede, um das Problem, was ja so häufig auftritt, der Reproduktion, der Frage des Originals und so weiter, mit Gertrud Bing zu beantworten. Sie sehen das hier, das Zitat ist in Englisch. The black and white of a photographic reproduction cannot und ist not supposed to be an adequate rendering of a work of art. But it is an obvious fact that an exhibition dependent for its documentation on a great number of objects and covering long periods cannot be made from originals. And the method of showing a careful selection of photographs side by side permits of comparisons to be drawn and accents to be laid, which it would be impossible to demonstrate by other than visual means. Und das hat Gertrud Bing 1942 zu dieser einzigen vom Warburg-Institut in London unternommenen Ausstellung, die gewissermaßen das System des Atlas, die Tafel, die Struktur der Tafeln und die Übersicht über eine große Periode künstlerischer Entwicklung zeigt. Das ist eigentlich das einzige Moment, in dem der Atlas in London auch seine Spuren hinterlassen hat. The British Art and the Mediterranean. Dazu hat sie einen kleinen Text verfasst und aus diesem Text habe ich diese Passage herausgenommen. Es ist also die Frage, wie wir den Atlas anschauen. Wir haben jetzt hier das erste Bild von der Tafel 39 in der vollen Größe. Also wir sehen auch die Bibliothek im Hintergrund. So wurde der Atlas 2000 publiziert. Die Gruppe Daedalus hatte sich entschieden, dieses Umfeld wegzulassen und nur die Tafeln zu zeigen, also nur ganz wenig von den Rändern. Natürlich kann man sehr schnell heute, das habe ich ungefähr eine Stunde arrangiert im Internet, kann man sehr schnell heute die farbige Version herstellen. Und das ist die Rekonstruktionsform, die wir bis zu der jetzigen gezeigten immer benutzt haben, also blanke Schwarz-Weiß-Abbildungen, die natürlich den Vorteil haben, dass sie einen höheren Abstraktionsgrad erlauben gegenüber der Vielschichtigkeit von den Bildern, die da dargestellt sind. Wir kommen mit der Rekonstruktion des Originals von Warburgs Atlas gewissermaßen wieder zurück zu diesem Problem, denn die Tafeln, die aus so vielen verschiedenen Materialien bestehen und so viele verschiedene Töne und zum Teil auch Farbigkeit haben, die laden natürlich dazu ein, wiederzudenken, ja. Also man kommt gewissermaßen in den experimentellen Charakter wieder hinein. Man wird wieder angezogen von der Ausstrahlung dieses von überall irgendetwas herbeiziehen, egal woher die Reproduktion kommt, sie mit einzubeziehen. Das, was lange Zeit dem Atlas im Weg stand, nämlich das Verdikt von Gombrich, es sei ein Werk, was heute so ausgesehen hätte und morgen so ausgesehen hätte und die nächste Version wäre wieder anders gewesen. Und es ist also typisch für Warburg, dass er das nicht hätte beenden können oder vielleicht auch, es ist besser, dass es nicht beendet worden ist, weil es ja dann einen Abschluss gefunden hätte. Das sind, finde ich, unlautere Argumente. Wir haben zu tun mit dieser Form des Atlas jetzt. Wir sehen eine Version, die nicht abgeschlossen ist. Wir sehen sie jetzt in den originalen Materialien. Aber wir müssen, und das hatte ja Bernd Scherer in seiner kurzen Einführung heute Morgen auch gesagt, wir müssen, um nicht unsere Spuren zu verlieren, um unsere Erkenntnisinteresse nicht zu verlieren, wir müssen tatsächlich jedes Detail so nehmen, wie es ist und daraus einen Sinn versuchen zu machen. Ich will jetzt also versuchen, diese Tafel 39 so etwas topologisch zu erklären. Das ist natürlich die berühmteste Tafel, also die Botticelli-Tafel. Warburg hat seine Dissertation über Botticelli geschrieben. Warburg hat in den zehn Jahren, also von 1893 bis 1905, verschiedene Texte publiziert, die mit diesen Bildern zu tun haben. Wir haben also einerseits recht, grundsätzlich gründliches Material, um zu verstehen, worum es Warburg auf dieser Tafel geht. Andererseits ist es so, dass die Tafel definitiv einiges weglässt, was er in der Dissertation untersucht hat. Der gesamte Bereich Simonetta Vespucci kommt auf der Atlastafel nicht mehr vor. Er hat ja sehr ausführlich nachzuweisen versucht, dass Simonetta Vespucci in der Figur, in der Primavera, in der Flora zu sehen ist und eventuell auch in anderen Figuren der drei Grazien. Und diesen Nachweis lässt er jetzt völlig weg. Der Ausgangspunkt für die Analyse oder für das Verstehen, für den Aufbau der Tafel sind diese beiden Grafiken. Die Warburg tatsächlich selbst noch vorschlug, Botticelli zuzuschreiben, dem jungen Botticelli. Mittlerweile geht man davon aus, dass Baccio Baldini diese Drucke hergestellt hat. Es sind zwei Planetenkinder-Darstellungen, Planetenkinder der Venus. Wir hatten schon die Planetenkinder erwähnt. Also das sind Bilder, die zeigen, welche Eigenschaften unter dem Planeten Venus geborene Menschen in ihrem Leben entwickeln werden. In diesem Fall gibt es also eine merkwürdige und interessante Veränderung von der ersten Version. Warburg dachte noch, zwischen der ersten und der zweiten Version sind fünf bis zehn Jahre vergangen. Mittlerweile wird es auf 1465 datiert, 1465, 1666. Also relativ kurz nacheinander. Aber er dachte, das ist noch eine Veränderung, die sich in fünf Jahren entwickelt hat. Hier sehen wir also oben die Venus auf ihrem Wagen mit dem Amor in einer schon antiken Form gegeben, also der nackte Amor mit den Flügeln und dem Pfeil und Bogen in der Hand. Und unten sehen wir jetzt diese verschiedenen Tätigkeiten oder Eigenschaften oder Vorlieben, die unter dem Zeichen der Venus geborenen Menschen entwickeln. Es ist eigentlich schon in dieser Grafik zu sehen, dass das Zuweisungsbild Planetenkinder der Venus sich verwandelt in ein Genrebild. Wir können nämlich die Szene, die da unten unterhalb der Venus spielt auf der Erde, durchaus als ein höfisches Liebesfest verstehen. Und in diesem höfischen Liebesfest, wir sehen also das Bad, wo nackte Männer und Frauen sich vergnügen. Wir sehen die Anbahnung hier unten in der rechten Ecke. Wir sehen den Tanz und wir sehen also die Jünglinge, die um eine höfische Dame herumstehen und um ihre Gunst wetteifern. Das ist also durchaus ein Rapport von einem höfischen Fest. In der zweiten Edition einer zweiten Ausgabe dieser Grafik, sie ist oben nicht spiegelverkehrt, aber unten ist die Situation umgedreht, sehen wir, dass ein entscheidendes Detail sich verändert hat. Oben sehen wir eine Dame in einem höfischen Gewand. Warburg beschreibt sie in einem Text von 1905 sehr genau. Er sagt eben, dass dieses höfische Gewand mit der Hennin, mit den schweren, kostbaren Kleidern, diese Dame am Erdboden festhält und sie also nicht tanzen kann. Das ist also die burgundische Larve, wie er sie nannte. Und hinter ihr, hinter dieser höfischen Dame, sehen wir schon eine bewegtere Figur. Diese Figur wird in der zweiten Version, die wir unten sehen, sie wird zu der Haupttänzerin. Also dort sehen wir, wie sie das höfische Gewand abgelegt hat und jetzt tatsächlich auch mit Medusenflügeln oder Venusflügeln im Haar und in leichter Bekleidung anfängt, mit einem viel freieren Tanz zu tanzen. Das ist die entscheidende Veränderung für Warburg. Er sagte, die burgundische Larve wird gesprengt und der antike Schmetterling kann jetzt frei fliegen. Für Warburg ist diese Veränderung nicht nur ein Beweis für neue Moden und andere Moden in der höfischen Gesellschaft der Medici, er zeigt damit auch, wo diese Veränderung stattfindet, nämlich in dem bewegten Leben, also in den Festlichkeiten. Das so endet im Grunde genommen sein erstes Kapitel in der Botticelli-Dissertation, dass das bewegte Leben, die Festlichkeiten, dazu führten, dass die Antike, die Formen der Antike, die Formen aus dem Altertum, wie der sagt, zur Darstellung von Bewegung herangezogen werden. Das heißt also, wir haben hier nicht nur die Übernahme der Antike, sondern auch den Ort, an dem das passiert, im Festwesen, in den höfischen Festlichkeiten. Und von dort aus können wir auf der Tafel hinabgehen, jetzt in das erste Drittel dieser Tafel, und dort sehen wir verschiedene Bilder, die auch mit Festlichkeiten zu tun haben. Das ist direkt nicht zu sehen, aber das erste Rundebild mit den beiden Figuren, die um eine Sphäre in der Mitte angeordnet sind, das verbindet Waburch mit einem Fest 1466 von Lorenzo de' Medici und eine Festlichkeit, die ausgerichtet wurde für seine Geliebte, also seine Verehrte, nicht seine Ehefrau. Die Frau war mit jemandem anders verheiratet, aber er machte ihr den Hof und verehrte sie. Das war so Wabuchs Recherchen, Lucrezia Donati. Da sehen wir, wie die Festlichkeit weiterverfolgt wird von ihm. Tatsächlich beschreibt er, also auch dies ist in einem Text genau beschrieben, beschreibt er, wie der Mann eher in höfischer Kleidung der Frau gegenübersteht, die schon auch in einer antikischen, also allantiker Kleidung auftritt. Dann dieses kleine, das kleinste Bild auf dieser Seite, das ist diese Münze. Das ist tatsächlich eines der ersten Bilder, also eines der frühesten, einer der frühesten Kunstgegenstände, 1493. Dort sehen wir eine Minerva auf einer Münze und diese Minerva hat offensichtlich für das zentrale Bild in der Mitte, für die Zeichnung von Botticelli, das Modell ergeben. Es ist eine Minerva Pacifica, das heißt, es ist eine friedenverkündende Minerva mit dem Ölzweig in der Hand und mit dem Helm, den sie in der anderen Hand gewissermaßen zur Disposition stellt. Normalerweise, oft wird die Minerva dargestellt mit dem Helm auf dem Kopf und dann ist sie die wehrhaftere Figur. In diesem Fall hat sie diesen Helm in der Hand und dieses Motiv übernimmt Botticelli und zwar entsteht dann aus diesem Motiv das Banner, so ist die Rekonstruktion von Warburg, das Banner, was Giovanni di Medici während des Turniers, was er ausgetragen hat, auf dem er dann als der Gewinner dieses Banner trägt. Das ist von der Botticelli-Zeichnung abzuleiten. Diese Tapesserie ist dann sehr viel später entstanden und die Minerva, die wir dann auf der linken Seite sehen, das ist eine Intarsienarbeit, eine große Intarsienarbeit in Urbino, die Warburg verbindet mit dem Text von Polizian, der zur Grundlage für diese Ausstattung wird. Interessant ist an dieser Konstellation sehr viele Minerva-Figuren auf der linken Seite in dieser Grafik. Wir wissen jetzt, Giovanni hat das herausgefunden, wir wissen jetzt, wo das Bild ist und wer es gemacht hat. Es ist also 100 Jahre später entstanden und es ist eine Rekonstruktion der Giostra von der Medici. Und dieses war jetzt der Entwurf, den der Künstler 100 Jahre später gemacht hat, wie dieses Banner ausgesehen haben könnte. Und interessant ist das, Warburg verwendet das sehr früh, also auch in den Bilder rein schon, als Beispiel. Er muss es gesehen haben in Florenz, dort ist es in den Archiven. Ich denke, dass er das deswegen verwendet hat, weil diese Szene, die unten in diesem üppigen Kranz stattfindet, da sehen wir eine Minerva, die den Amor bestraft. Also der Amor ist an den Baum gefesselt, das ist die Situation, in der Amor gestraft wird. Das ist entscheidend für die Frage, was hier auf der rechten Seite eigentlich passiert, auf der linken Seite eigentlich passiert. Die Minerva ist ja diejenige, die gewissermaßen von Amor gar nicht erreicht werden kann. Also jeden Pfeil, den Amor auf die Minerva schießt, der wird sie nicht treffen. Sie ist also gefeit gegen Amors Mächte. Und in der Symbolik für die Festlichkeiten ist es im Grunde genommen die Aufforderung an die Männer, sich nicht mehr in einer wilden, von Amor diktierten Weise der Frau zu nähern, sondern in einer gezähmten, einer etwas gedämpften Leidenschaftlichkeit. Das ist also die Situation auf der linken Seite. Wenn wir jetzt die rechte Seite, die mittlere Sequenz betrachten, ich habe dies gekennzeichnet jetzt mit Venus, V für Venus, und im unteren Bereich sind es eigentlich nicht Venusfiguren, aber es wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, das ist unübersichtlich. Oben haben wir die Geburt der Venus von Botticelli, darunter die Primavera. In der Reihenfolge schreibt er auch über die beiden Bilder, zunächst über die Geburt der Venus und dann über die Primavera, obwohl in der Zeit man gedacht hat, dass das Primavera-Bild früher entstanden ist. Und die Venus, also das spätere, das entwickeltere Werk ist, das können wir beiseite lassen, die Datierungsprobleme können wir beiseite lassen. Das war, als Warburg sich mit Botticelli beschäftigte, war das noch sehr, sehr unerforscht, wann genau wer der Auftraggeber gewesen ist, in welchem Zusammenhang und wo das zu finden ist. Das ist in diesem Zusammenhang nicht so interessant. Wir können davon ausgehen, dass er dachte, das Venusbild das obere ist, das spätere. Und darunter finden wir dann eine Botticelli-Zeichnung, die sich jetzt in London befindet. Das ist eine Abundantia. Warburg nannte sie die Nymphe von Achilleus. Eine merkwürdige Spezifizierung, also die Nymphen von Achilleus. Achilleus ist einer der größten Flussgötter im griechischen Raum. Sein Name war gewissermaßen gleichbedeutend mit Wasser. So mächtig war dieser Fluss. Und der Fluss wurde von Herkules im Kampf, in der Konkurrenz um die Braut Dianera, wurde dieser Fluss bezwungen. Der Fluss konnte sich verändern. Er hatte das Bild eines stierköpfigen Menschen. Dann verwandelte er sich in eine Schlange. Und schließlich verwandelte er sich in ein Stier. Und auch den Stier ringt Herkules nieder. Und er bricht ihm ein Horn ab. Und daraus, oder im Tausch gegen dieses Horn, um das Horn wiederzubekommen, wurde diese Kornokopia entwickelt. Die sehen wir auf der Zeichnung nur andeutungsweise. Sie ist da, also ein Füllhorn. Das heißt, es ist eigentlich eine Figur des Herbstes, die Abundantia. Und darunter sehen wir weitere Zeichnungen, viel spätere Zeichnungen. Und interessanterweise auch wieder eine Fortuna. Also diese, ich komme gleich noch zu dieser Fortuna. Die ist ganz unten zu sehen. Zur Seite hin sehen wir, dass er eine Zeichnung aus dem Botticelli-Umfeld nimmt. Diese Zeichnung, die da jetzt auf der rechten Seite groß zu sehen ist, ist nach einem antiken Sarkophag, nach einem Sarkophag mit dem Thema Achilles auf Skyros gezeichnet. Und da unten sehen wir jetzt diese eine, die Abundantia, und dann die sehr freigezeichnete Nymphe, die auch mit so einer Kornokopia versehen ist. Da ist die Fortuna, die ja eigentlich nicht als herbstliche Figur zu verstehen ist, aber vielleicht, also wenn sie Glück bringt, dann bringt sie natürlich auch Überfluss. und insofern können wir diese Kornokopia, die vom Ende des 16. Jahrhunderts, diese Fortuna, die vom Ende des 16. Jahrhunderts während auch einer Festlichkeit, das ist also der Entwurf für ein Fest, können wir sie also durchaus als eine Figur des Überflusses deuten. Also diese Anordnung von Bildern konstruiert in der Mitte der Tafel recht deutlich, also dieses Feld der Venus. Warburg geht dann über diese, über die Zeichnung nach dem Achilles-Sarkophag in das Detail, das zur Primavera hinführt, in der Mitte. In diesem Detail vergrößert er Cephir und Chloris, also die Verfolgungsszene der Westwind verfolgt die blasse Nymfe Chloris und dann verwandelt sich die Chloris in die Flora. Diese Verfolgungsszene hat Warburg schon auch in anderen Bildereihen verbunden, immer verbunden mit der Verfolgungsszene, mit der berühmteren Verfolgungsszene der Daphne. Also Apollo folgt Daphne und Daphne will sich dem Gott entziehen und fleht um Hilfe und dann wird sie in einen Lorbeerbaum verwandelt. So kann sie sich entziehen und dafür hat er einige Beispiele. Direkt unterhalb haben wir dieses schöne Bild von dem Antonio Poiagliolo, wo die Daphne sozusagen ihre Arme in die Luft hält, die dann schon zu Bäumen geworden sind. Daneben ein Bild aus Norditalien, das ziemlich schnell nach Süddeutschland geraten ist. Das ist also eine sehr, sehr kleine, farbige Abbildung in einem Band italienischer Canzone und die wurde dann von Kulmbach um 1502 schon kopiert. Und dann ist da dieses andere merkwürdige Bild von Bernardo Luini, jetzt ausgestellt in der Brera in Mailand, was zu Warburgs Zeiten auch für eine Verfolgung von Apollo und Daphne gehalten wurde. Mittlerweile ist man dazu übergangen, eine andere Geschichte damit zu verbinden. Es ist halt ein extrem merkwürdiges Bild, weil die Daphne streckt ja ihren Arm aus, als wenn sie jetzt aus dem Zustand der Verwandlung in dem Baum dann doch sich dem niedergelassenen Apollo zuwendet und Apollo ist da in der Geste des nachdenklichen melancholischen Flussgottes an dem Fluss zu sehen. Das muss für Warburg deswegen interessant gewesen sein, weil natürlich dieses Moment der Verwandlung, der Enttäuschung über die Verwandlung von Apollo dann in dieses Motiv der Nachdenklichkeit übergeht und dann wird der Lorbeerbaum in den Daphne verwandelt wird zu dem Baum der Krönung für ruhmvolle Persönlichkeiten. Insofern ist die Tafel eigentlich sehr klar strukturiert, sehr klar aufgeteilt. Wir haben in dem oberen Bereich, also bei den beiden großen Botticelli-Bildern sozusagen eine ovale Kreisbewegung, die von oben durch die Szene C4 und Chloris in die Primavera hineingeht, der Einfluss kommt vom Festwesen in Florenz und wir haben dann auf der rechten Seite nur Minerva Figuren und auf der linken Seite die Daphne Figuren. Tatsächlich ist das Naturverhältnis dieser drei Frauen Figuren von links nach rechts hin immer überwältigender. Während die Minerva nur einen Olivenzweig in der Hand hält und auch eine Frau ist, die ihre Leidenschaften beherrschen kann und sich nicht verführen lässt, ist in der Mitte die Abundanzia, die also vor Fruchtbarkeit überströmt und dann an der rechten Seite ist die Frau, die verfolgte Frau, die begehrte Frau vollständig verwandelt in Natur, also sie wird zu einem Baum. Es gibt drei Bilder, die in diese Aufteilung nicht ganz hineinpassen. Das erste Bild ist oben links, das runde Bild, das ist eine Darstellung von Icarus und Daedalus, dann das Bild auf der ganz rechten Seite in der Mitte, die Minerva auf der rechten Kolonne in der Mitte, das große M, da haben wir nochmal eine Minerva, da fragt man sich, was soll diese Minerva jetzt auf der Seite und dann haben wir unten, ganz unten rechts, das Elysium, also das ist aus dem frühen 16. Jahrhundert, ein Bronze Relief von Andrea Ricci, das will auch nicht so recht Sinn machen in der ganzen Konstellation. Das sind die drei Bilder, also wir sehen da den Daedalus, den Icarus, der von Daedalus mit den Flügeln ausgestattet wird, dann sehen wir die Minerva von Botticelli, die den Kentauer zähmt, sie greift an den Kopf und beruhigt oder beherrscht den Kentauer, der Kentauer, der ja auch als eine extrem leidenschaftliche Figur, eine körperlich leidenschaftliche Figur ein solches Wesen symbolisiert und unten sehen wir dieses Bronzerrelief von Andrea Ricci etwas später, also außerhalb der direkten Epoche, um die das hauptsächlich bei Botticelli geht. Die Daedalus Icarus Situation hätte Warburg leichterhand mit einer antiken Gemme belegen können, dass sie direkt aus der Antike kommt, dass sie also gewissermaßen, dass der Auftrag gewissermaßen von den Medici an den Künstler, war aber ich dachte noch, dass es eventuell Donatello ist, aber es ist aus dem Donatello Umkreis, dass der Künstler von den Medici einfach den Auftrag bekommt, diese Gemme in der Rotunde im Palazzo Medici Riccardi anzubringen und wir kennen dieses Motiv auch aus der etruskischen Vasen, da fliegt dieser Genius schon, das ist also eine Figur, die auch überleitet in das Totenreich. Was die Minerva anbelangt, da gibt es sicherlich verschiedene Gründe, warum Warburg die Minerva auf diese Seite der Tafel gesetzt hat. Er war ja gegen die Räuberpistole das Entweder-Oder und nun zu sagen, dass die Minerva also dass wir hier nur entweder eine Daphne oder eine Minerva hat, ist vielleicht an dieser an diesem Vergleich ablesbar, dass die nicht so ganz funktioniert, denn auch die Minerva ist über bekleidet mit Blättern. Sie ist also auch eine in Natur gehüllte Figur auf diesem Bild mit dem Kentauer. Das ist möglicherweise ein Grund, warum er sie der Daphne zugeordnet hatte. Ein anderer Grund könnte sein, dass der Zentauer ja auch ein Mischwesen ist, also auch halb verwandelt von Menschen und Tier. Das heißt, wir haben einerseits die Daphne, die halb Baum, halb Frau ist und wir haben den Kentauer, der halb Mensch, halb Tier ist. Das könnte auch sein und sicherlich ist die Situation, die zwischen Zefio und Chloris besteht, also ein Mann verfolgt eine Frau und ergreift sie, die wird invertiert durch das Einfügen der Pallas. Da ist dann die Frau, die das männlich konnotierte Wesen dort ergreift und bezwingt. Und jetzt also zu dem merkwürdigen Elysium da unten, auch da gibt es Anknüpfungspunkte, also direkt über dem Elysium ist ja dieser merkwürdige Apoll, der danach denklich geworden als Flussgott, der zu seiner Daphne hinüberschaut, Daphne, wir sehen auch im Elysium die Denkerpose, also das sind die Denker versammelt, die sind da als nachdenkliche Figuren gezeichnet, wir sehen aber auch den Tanz als Betätigung im Elysium, genau wie oben das Detail, was ich Ihnen gezeigt hatte vorher von den Venus Planetenkindern, das wiederholt sich dort auch. Die Entwicklung des Atlas beginnt ja mit den Bildereihen und die Komplexität, die so eine Tafel hatte, die zeigt sich schon in den Bildereihen. Jetzt möchte ich erst übergehen zu der Frage, wie Warburg von Sachsel fortgeführt wurde. Das ist eine Ausstellung, die 1931 im April in Hamburg stattfand und da sieht man deutlich, das wurde früher verwechselt mit einer Ausstellung, die Warburg gemacht hat, das stimmt aber nicht, das ist also ganz klar eine von Sachsel 1931 gemacht worden und diese thematische Klärung, die man deutlich sieht hier, ist auch eine chronologische Klärung, also das ANT da oben und das MA und das REN, das ist klar dann aufgeteilt, antike Mittelalter Renaissance, so ist das, ist die Aufteilung von Sachsel. Er hat dazu einen Vortrag gehalten, Gebärdeform und Ausdruck dieser Publikation in diesem da finden wir diesen Vortrag, da geht er natürlich auf Warburg ein und entwickelt diese das Programm, was er hat, ganz im Sinne von Warburg, wie er meint, aber natürlich entspricht die Klärung und die Vereinzelung der Motive auf so einer Tafel, die strikte Zuweisung, die ganz klare Struktur überhaupt nicht dem Vorgehen von Warburg. Hier sehen wir dann tatsächlich also in Trauer und Melancholie, da unter diesem Stichwort wird auch das Luini-Bild verzeichnet. Also die zeitlichen Beziehungen in der Tafel sind nicht eindeutig, so wie bei Sachsel. Es geht also hinunter, dann kommt von der linken Seite geht die Bewegung wieder hin zu Primavera und Geburt der Venus und dann ist ganz unten, das sind sozusagen die Bilder, die ich da mit einer Linie zusammengezogen habe, das sind die spätesten Bilder. Da ist auch eine gewisse Chronologie ablesbar, aber die Abhängigkeiten sind sehr viel komplexer. Ich wollte jetzt die Spuren zeigen, die wir sehen können, die Präsentation solcher Tafeln im Atlas, im Warburg-Haus hinterlassen haben, könnte bei den anderen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft zunächst mal Pagan Mysteries in the Renaissance von Edgar Wind. Dieses Buch kehrt die Beschäftigung mit dem Primavera und der Venus um. Zunächst kommt die Auseinandersetzung um die Primavera und dann kommt die Geschichte der Geburt der Venus. Diese Detaildarstellung erinnert in gewisser Weise an das, was Warburg auch gemacht hat mit den Details. Allerdings beobachtet Edgar Wind, wie die Blickverhältnisse zwischen den drei Grazien sind oder wie da die Ähnlichkeiten sind. Und insgesamt finde ich es eigentlich hochinteressant, diese Beschreibung, die Edgar Wind von diesem Bild, die Analyse, die Edgar Wind von dem Bild gemacht hat, die wäre jetzt viel zu weitführend und zu komplex, um die hier jetzt vorzutragen. Grundsätzlich ist es so, dass er das Bild genau wie auf dem Atlas nachvollziehbar von der rechten Seite in einem Bogen langsam analysiert und dann hinübergehend zu dem Kreis, zu dem Tanz der drei Grazien dann mit der Figur des Merkur an der Seite beendet und dieser Merkur dann gewissermaßen nach oben, die Bewegung nach oben führt und wie er dann sagt, wieder zurückführt zu einem Zyklus zum Zephyr hinüber, dass da also eine zyklische Bewegung drinsteckt. Das andere Bild, was ich interessant finde, für das Verhältnis von Wabusch zu den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft ist jetzt rechts oben, das hatten wir schon gesehen, das ist diese Zeichnung nach einem Sarkophag, Wabusch hat das natürlich gezeigt, weil diese Figur, die dort freistehend fast in der Mitte steht, diese Figur ist ja wie eine leichte Drehung der Venus Pudica, die wir auf der Geburt der Venus sehen, also dafür hat er diese Zeichnung herangezogen, im Herzianer Vortrag zeigt er noch direkt auch das Buch, er schlägt das Buch auf und wir sehen also die Seiten von dem Buch in dem er diese Abbildung von seiner Dissertation in dem er diese Abbildung genommen hat auch auf dem Atlas er setzt dazu den Achilles Sarkophag in der Herzianer das ist dieser die Vergrößerung der Umzeichnung da sehen wir also Achilles wie er in dem Moment wo Odysseus kommt kommt und ihn sucht und in das Horn bläst in das Kriegshorn bläst wie er alarmiert zu den Waffen greift und sich enttarnt diese Situation er ist also von seiner Mutter auf Skyros versteckt worden um seinem Schicksal zu entgehen also dem Schicksal im Krieg auf dem Schlachtfeld zu sterben ist verkleidet als eine Frau und wird dann von Odysseus enttarnt und das ist ein sehr beliebtes Motiv in den römischen antiken Sarkophagen man zeigt die Situation wo er zu den Waffen greift und wo die Töchter des Lecomino um ihn herum ängstlich sind und er dann als der junge Mann kenntlich wird es gibt dann Situation wo er tatsächlich also fast alle Kleider abwirft völlig nackt da steht und hier mit dieser Haarpracht die sich da die sich da zeigt ist ja sehr deutlich dass die feminine Seite von ihm betont wird dieses Motiv ist bei hat sich Panowski auch vorgenommen in Early Netherland Painting zeigt er dass die das Motiv wir sehen das ganz links oben des Achilles ins Obscurus mit der seiner Geliebten die jetzt gewissermaßen darum fleht dass er nicht dass er nicht von dannen zieht dieses Motiv vergleicht Panowski mit dem Noli Metangere er hat also verschiedene Situationen wo er das Noli Metangere aufzeigt wie dieses Motiv dort übernommen wird das ist tatsächlich wenn man die Geschichte mit dem Achilles Obscurus vergleicht ein Unterschied der nicht derart entspricht wie Warburg diese Schrecksituation und die Entkleidungssituation versteht am besten ist das nachzuvollziehen wenn man die Geschichte der Nymphe von Fiesole von Boccaccio hinzuzieht in dieser Geschichte wird wird ist ein junger Schäfer verliebt in eine Nymphe die leider zum Gefolge Dianas gehört also keinen Menschen keinen Mann empfangen darf und er fleht an irgendeinem Punkt dann an dass sie wie er sich dieser Frau nähern kann seiner Liebe und die Venus rät ihm dann Frauenkleider anzulegen und das ist dann ein sehr interessantes Moment wenn er tatsächlich dazu übergeht die Frauenkleider anzulegen man merkt dann das was Tulio auch worauf Tulio auch insistiert dass die Kleider ein eigenes Leben entfalten also in dem Moment wo er die Kleider anlegt lösen sich seine Haare er bekommt einen neuen Glanz die Blassheit der Eifersucht verschwindet und er verwandelt sich in eine wunderschöne Frau und dann findet er tatsächlich den Kontakt zu der Nymphe diese erotische Seite der Verfolgungsszene oder der Bekleidungsfrage die spielt natürlich in diesem Bild neben der Geburt der Venus eine große Rolle und das ist tatsächlich wenn man dann sieht Noli Metangere dann ist das gewissermaßen das Minerva Motiv was Panowski dort hineinspielt und dann will ich einen letzten Bezug nehmen ich denke da kommen wir wieder zu Cassira und Giordano Bruno da geht es um diese beiden Bilder der Daedalus mit dem Icarus und das Elysium warum ist das da warum ist Daedalus und Icarus Szene da oben auf diesem Bild man kann natürlich sagen es geht um Fliegen es geht um den Zephir den Wind es geht um das Meer das überquert werden soll und der gleichen aber trotzdem ist das etwas merkwürdig dort ich denke und dann ja ich denke dass diese dass es eine Verbindung gibt von diesem ersten Bild zu dem letzten Bild es gibt immer sozusagen oben links in der Tafel der Einstieg in eine Tafel und unten rechts der Ausgang aus einer Tafel auch wenn die Geflechte verschiedene Wege möglich machen gibt es diese Positionierung des Einstiegs und des Ausstiegs und dann ist der Ausstieg das Elysium was auch nicht so richtig in die Tafel hineinpasst ich denke dort bezieht sich Warburg tatsächlich auf Kassierers Individuum Kosmos und das letzte Kapitel von dem Kapitel war schon die Rede in dem es um Giordano Bruno geht und dort gibt es in dem letzten Kapitel zitiert Kassierer ein Gedicht von Giordano Bruno in dem Icarus gepriesen wird Icarus der das Wagnis unternimmt durch die Luft zu fliegen selbst wenn er auf diesem Flug seinen Tod findet es ist sozusagen so formuliert dass wenn wir dieses Risiko nicht auf uns nehmen dann hat es sich nicht gelohnt auf der Erde zu leben und insofern ist diese letzte Verbindung hinunter zu dem Elysium evident für mich gut mit diesem letzten Bild wollte ich schließen vielen Dank hat jemand eine Frage gestellt ja da kommt eine Frage ich habe eine Frage und du kannst mich vergleichen weil mein Deutsch ist nicht groß aber ich folgte was ich kann aber ich erinnere die Brera painting bei Luini in Panne 39 he puts there as Apollon Daphne aber es nicht Apollon Daphne so ich würde sagen es ein motif he liked und he accepted as there oder es nicht es mostly about die in the tree ja ich 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 if it's clear, it's because it's clearly not Apollo and Daphne. No, no. But he thought it's Apollo and Daphne. Yeah, no, exactly. So I wonder how he made it work in that sense. Even Stecherow, who published the book on Apollo and Daphne, lists this picture as Apollo and Daphne. And as we have seen, also Sachse thought it's Apollo and Daphne. I think he was interested because if it would be Apollo and Daphne, it would be really bizarre. And we know Luini is a very surprising inventor of images. And I think he just was curious about this picture to find a solution also for this. Even though now we know the solution is somewhere else. but he thought like how come that Luini thought Apollo would sit down and be a river god and start reflecting on his lost opportunity. I mean I think it's it's also a certain admiration for this picture which kept kept this picture in the always in his Thank you. It's Eigentlich müsste man fragen nach den Themen der Tafel 37, 38, 39, weil diese drei Tafeln sind sozusagen im Zusammenhang, laufen die auf die, also die bilden einen Zusammenhang. Da wird untersucht, wie die Medici, welche Kunst von den Medici gefördert wurde und wie diese Kunst sich aus der Vorherrschaft der alten Niederländer löst, aus der Vorherrschaft der Malerei aus dem Norden. Also wir wissen, die Tafel 30, 31, die führen ein in das Problem, dass die alten Niederländer die großen erfolgreichen Maler auch in Italien sind und von diesem Auftakt, die altniederländische Malerei, als große Konkurrenz in Florenz, geht es dann bis über die Tafeln 37, 38, 39 auf die Lösung der Tafel, also der Botticelli-Tafel zu. Also auf das erste erhaltene große Bild, also riesige Bild einer antiken Gottheit. Es gab natürlich andere Bilder. Poyaiolo hat wohl auch Herkules-Darstellungen gehabt. Die sehen wir auf der Tafel 38. Also die sind vorher schon im Spiel. Die großen Bilder von Poyaiolo sind verloren gegangen. Die waren wohl offensichtlich als Fresken in der Villa Medici Riccardi, aber die sind verloren gegangen. Und wenn es dann, dann geht es über die Tafel, also die Tafel 40, mit der beginnt ja dieses neue Kapitel, das dann zur Nymphe von Ghirlandao führt, so 46 bis 48, 46, 47, 48. Die Nymphe, die Kopfjägerinnen und dann die Fortuna. Und da macht er den Bruch, indem man einen kurzen Blick nach Rom wirft, wo also der gesamte Ovid illustriert wird von Peruzzi. Das ist der Auftakt dieser Rekapitulation. Wie sieht jetzt die Antike in der Kunst am Ende des 15. Jahrhunderts aus? Und dann, nach dieser Rekapitulation, führt er uns zur Ghirlandao und der Nymphe. So ist das eingebunden, wenn das deine Frage beantwortet. Okay, we have another question. Can you elaborate more on the different readings that can arise as a result of using color images in the recent reproduction of the panels? In addition, could you also comment on the omission of the library in the background and how this affects the reception of the panels? Okay, the library in the back was indeed very helpful regarding at a certain moment to figure out the original size of the panel and the images. That they were standing in front of books is referring to another motive and everyone of us knows it that a certain kind of people, especially if they are interviewed or asked, like to sit in front of bookshelves. and especially in the last months we had thousands of people who tried to loan books from their friends to have books in their bags. So we both do not have that problem actually too much. We thought it's regarding the reproduction in the folio and I think this is the question and it leads to that. Yeah, we wanted to have it as clear as possible and so it was a netto and otherwise we had to reconstruct the books behind of the panel and this is a kind of fetishism we are not engaged in. As you can see in our show we are referring to the fact that Warburg used the oval lecture hall as a display for his Bilderrein first and then later on certainly also for the atlas panels. We organized it in these ovals because we see that there are like a number of 10 approximately 10 panels which are covering one sequence of problems you know like coming back from Arabia to Schifanoia then north and the influence the influence of the north and then Botticelli then again antiquity in Italy leading to Nympha then high renaissance Mantegna to Dürer then the age of Rembrandt so there are these sequences and they are connected to the lecture hall that's also a connection to the it's also important for for the situation but the old documentary photography we used to do the reconstruction these are only documentary photos so they for me they have no other value than to help us to see what actually was the final state of the panel maybe I could also add there are some questions occurring in the last let's say 25 years regarding how we deal with documents in the reproduction of books and of course that has changed a lot but I think we can we can definitely assume if the panel would be reproduced in the 1920s we would not even have the blackboard behind because that is a kind of idea of context or giving the image the reproduction a context which is which is based based on the idea of authenticity which was from the real world into the book production this was not existing in 1925 or 1924 or 7 or 9 this is being in the post post modernist area where we where we love these contexts anything it was just the first part of the question about the result of using color images I don't know if you want to elaborate a bit more on that they were asking about the different readings that can arise as a result of using color images in the reproduction well I mean I'm just I think we touched it already because we said like there's this there's the advantage of a certain abstraction which we have when it's only black and white and as I said like now we have this very big variation of tones of illustrations which are now giving us back the experimental character of it and when we then change it into high res color reproduction I think then it's getting a little bit too far from the ground on which Babock was developing his ideas may I can add also something when we entered this wonderful playground of we wanted to have a tool in the very beginning we wanted to have this panels in front of us more or less in the right size to figure out what was going on there and of course in 2010 11 there was no question for us okay we can try it also in color that would have been not a problem and of course in 2020 as Roberto already said more or less everyone who is a little bit able to play around is able to do this in color so we already did that in 2010 but of course a lot of people and we too thought okay this could be a solution and especially when we were asked wouldn't you do something unfortunately Bill Sherman I think is no longer here when we discussed it with him the first time is there a possibility of doing a playful digital version then also the question of the color images occurred but I think when we found this wonderful quote and Roberto had it at the beginning of the talk from 1942 already and by Gertrude Bing who else could it pronounce better we are completely convinced that what we are going for is more playful and more interesting with the original stuff and it's material it's a tool we have we a few questions thank you for this wonderful journey through the table 39 is it as a as a table as a example of a a a a a a a a a Imagination lesen, in der sowohl Tanz, Leidenschaft als auch Nachdenklichkeit, Kontemplation ihren Platz haben? Also sicherlich, das ist ganz sicherlich einerseits die Botschaft, es ist ja aber andererseits das Elysium, also es ist das Totenreich, auch wenn es das Himmelreich im Totenreich ist. Und diese Gewaltdrohung oder die dramatische Drohung, die mit diesem Bild auftritt, in der gesamten Tafel, also wir sehen da oben diese wunderschöne Geburt der Venus, als Wind über die Venus schreibt, hat er ja hauptsächlich das Problem, dass da eine sehr, wie er sagt, unerfreuliche Maschinerie dahinter steht. Also das ist jetzt die, wenn Sie die Geschichte kennen, Uranus wird entmannt und aus dem Hoden und dem Samen, der in das Meer fällt, entsteht der Schaum, in dem diese Göttin der Schönheit und der Liebe ohne Mutter entstehen lässt. Da ist ja natürlich, also diese unerfreuliche Maschinerie, in der steckt ja auch etwas drin, was wir jetzt da nicht sehen und das gibt es auch in dieser Nymphe von Archelous. Das ist eben auch eine, da ist also ein Kampf, da wird ein metamorphosisches Wesen wird niedergerungen und besiegt und das bringt dann diese üppige Herbstsituation zustande. Also das gibt, es gibt in diesen, in dieser Tafel verschiedene Gewaltmotive, auch die Verfolgung der Chloris ist natürlich, das ist, also er nimmt sie mit Gewalt, er vergewaltigt sie und heiratet sie dann und dann wird sie zu Erflora, also dann wird sie zu dieser, zu diesem Liebesreich auf Erden, was der Frühling ist in diesem Bild. Das sind, da sind verschiedene Gewaltmotive drin und deswegen dürfte man, würde ich vorsichtig sein, das sozusagen als Erlösungs, also als Ablösung oder Erlösung von diesen Problemen zu verstehen. Es ist natürlich ein Elysisches, ein Bild vom Elysium, aber es ist das Totenreich. Vielleicht noch dazu auch eine kleine Erweiterung, das ist unser Ping-Pong, den wir immer gerne spielen. Es gibt ein schönes Quote von John Giorno, das heißt We gave a party for the gods and the gods all came. Wir haben noch eine letzte Frage. Vielen Dank für die sehr klaren Ausführungen. Sie haben anfangs den Text von Bing zitiert, wo Sie das Verhältnis zwischen den Bildern als eine Side-by-Side Darstellung und eben nicht als Montage beschreiben. Inwiefern ist das Side-by-Side hier auf Tafel 39 die Spannung zwischen den drei Ebenen Minerva, Pacifica, Venus und Daphne ausreichend erklärt. Ausreichend sicherlich nicht. Ich wollte das nur eine Topografie entwickeln, auf der man beginnen kann, die ganzen verschiedenen Dinge dort genauer anzuschauen. Side-by-Side heißt natürlich auch oben und unten im Wechsel von einem Bild zum nächsten Bild und dann wieder zu einem nächsten Bild. Also das ist das, was meiner Meinung nach Gertrud Bing mit dem Side-by-Side sagt. Sie sagt einfach nebeneinander, dass man in unmittelbarer Nähe nebeneinander die Motive sieht, die wir durch die weitere Reise der Bilder, die wir nicht so zusammen kriegen können, außer wenn wir jetzt in die Gemäldegalerie gehen. Und da wurde ja dann kritisiert, dass die Bilder nicht Seite an Seite sind, um das Problem des Atlas aufzuwerfen. Das ist halt einfach schwierig. Das war ein ganz anderes Konzept, was Jörg und Neville in der Gemäldegalerie verwirklicht haben. Aber das ist natürlich das, was sie sagt. Wir wollen über diese großen Epochenbewegungen nachdenken. Wir wollen sehen, was passiert da mit den Bildern. Und das können wir nur mit visuellen Mitteln machen. Und darum geht es, glaube ich. Epochenbewegungen und Neville Epochenbewegungen Epochenbewegungen Epochenbewegungen